Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans Und ja, bitte nicht wundern lassen, falls im Hintergrund wieder ein paar Randgeräusche sind Es ist nur eine Folie zwischen uns und der Außenwelt, also der Nachbar mit Rasen, die Jungs skaten auf dem Skaterplatz Aber ich glaube, das ist einigermaßen überschaubar Worum es heute geht oder was ich mir mit euch anschauen will, wie man dagegen vorgehen kann, was es genau macht Da wir es bisher noch nicht in Action gesehen haben Ich habe am Anfang bei meinem Account geschaut, da gab es aber nichts, deswegen habe ich jetzt hier Pepsis Account am Start Die Rede ist vom Air-Feger, vom Luftfeger oder dem Air-Sweeper, so heißt der Und ich habe mir Angriffe angeschaut, sowohl von ihrem Clan als auch vom Gegner schon Das Ganze natürlich auch bei uns, wie gesagt, bei uns gab es im letzten Clan, vielleicht auch schon wegen ihm, wenige Luftangriffe Und ich habe jetzt hier drei Stück gefunden vom Gegner, die ich mir mit euch anschauen wollte Der erste war ein erfolgreicher 3-Star Und hier werden wir auch gleich schon sehen, warum das so war Und das in dem Fall das Ganze gar keinen allzu großen Unterschied macht Und zwar, ihr seht das hier, wir haben einen Rathaus-8-Angriff auf Rathaus-Level-8 Das heißt deswegen auch kein Loverhund am Start, sondern wir haben nur Loons und Minions Also Lalunien Haben zwei Woot und zwei Heal Und wir sehen hier den besagten Luftfeger Und wenn wir mal durchstarten, von wo er kommt, wie er loslegt, was er macht Er benutzt jetzt hier erstmal ein paar süße Loons, die er außen einzeln droppt Wo er dann schon mal die ersten Verteilungsgebäude mit ausschalten will Und wo er gleichzeitig auch schon mal die Clanbook locken will Das hat insoweit auch ganz gut funktioniert Dass die Clanbook wirklich hier rausgelockt wurde Beziehungsweise dass zumindest die Einheiten aus der Clanbook rauskamen Und jetzt hat er mit ein paar Minions das nach außen gelockt Die Hexe ist hier auch mit am Start Die hat er jetzt draußen, das war ganz klar hier das Hauptziel, was er hatte Und wir sehen hier, das Ganze, den Luftfeger ist recht weit außen Aber auf alle Fälle schon mal so gesetzt, wie ich es sinnvoll finde Also generell muss man es auch mal noch abwarten, was für Bases kommen Wo der Luftfeger am besten platziert wird Aber was meiner Meinung nach auf alle Fälle schon mal Sinn macht Ist, dass man ihn, ja, hinter die Luft abwehrsetzt Hier ist er sicher für meinen Geschmack ein bisschen weit außen Also man könnte zum Beispiel von da hinten kommen und ihn einfach ausschalten Er kommt es dennoch von dieser Seite Und wir werden ihn jetzt auch gleich das erste Mal Zumindest in einem meiner Videos in Action sehen Und zwar haben wir hier den ersten Luftstoß Ihr seht, es ist ein Level 1 Luftfeger, die Balloons sind max Generell, je nachdem, was für eine Einheit man macht Macht der Luftfeger mehr oder weniger Schaden Beziehungsweise stößt sie mehr nach hinten oder weniger Balloons, kann man sagen, sind mit Abstand am anfälligsten Lava Hounds, dadurch, dass sie so schwer sind Werden nicht ganz so weit nach hinten, ja, gestoßene Minions werden nach hinten gestoßen Dadurch, dass sie aber recht schnell sind, kommen sie auch schnell wieder hin Und wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf diese Balloons hier Man sieht immer, der Luftstoß kommt Ja, er hat jetzt mit hier Wut und hier generell das Ganze schön über die Base drüber Und jetzt sehen wir auch, wir haben ja einen gewissen Winkel, der einstellbar ist Er hat jetzt seine Richtung geswitcht Ist jetzt hier nach rechts drüber Und schiebt jetzt hier die Loons ein bisschen weg Aber hat in dem Fall dann am Ende gerade in Kombo mit dem Wut Das hatte ich schon mal erwähnt im Update-Video Dass der Luftfeger oder Balloons in Kombo mit Wut recht praktisch sind Hier sehen wir auch, die Minions werden wirklich nur ein kleines Stück nach hinten gestoßen Hier noch einmal die Loons links Aber durch den Wut kommen sie wirklich schnell wieder hin Und der Luftfeger ist auch in dem Fall wirklich sehr, sehr schnell ausgeschaltet worden Sodass er da am Ende kein größeres Hindernis dargestellt hat Und ja, die Base wurde dann, ihr seht, verdammt viele Minions haben überlebt Wirklich recht easy gethrestert Wir haben aber auch noch Angriffe, oder habe ich rausgesucht Wo das anders abläuft Und zwar haben wir hier die Base von Kugummi Und hier sehen wir zum Beispiel ganz klar Dass meiner Meinung nach der Luftfeger völlig deplatziert ist Also ich finde wirklich, er sollte im Zentrum stehen Und im Optimalfall hinter einer Luftabwehr Das heißt, ihr habt einen Lava Hound, ihr habt Loons, die Richtung Luftabwehr fliegen Dahinter ist der Luftfeger und stößt diese Einheiten da weg Hier, wie man auch gleich, in dem Fall ist es sogar ein 9er, der angreift Also wir haben hier mit einem Hound am Start Also das klassische, ja, Minions hat auch noch dabei Und ihr seht es hier, er kommt einfach von da, wo der Luftfeger überhaupt nichts machen kann Der ist jetzt hier nach unten ausgerichtet Macht wirklich dahingehend null Sinn Kommt mit seinen Lava Hounds, man kann natürlich sagen, okay, ein 9er greift ein 8er an Von daher ist es eh nicht so schwer Aber hier muss man einfach sagen, ist der Luftfeger deplatziert Ich habe es dir schon zweimal gesagt, aber das ist hier ganz klar meine Meinung Ich glaube, am Ende des Angriffes gibt es noch einen Luftstoß, den er auslöst Er hat es wirklich schön gemacht, der Angreifer hier mit Wut hatte seine Helden dahinter Hat einen Heel übers Rathaus gehauen, wo dann gegen die Tessas noch gegengehalten wird Und wir sehen, der Luftfeger hatte sage und schreibe null Stöße, die er machen konnte Die Loons sind jetzt hier über ihm, schalten ihn wirklich kinderleicht aus Obwohl alle Lava Hounds schon down waren Sind die Loons schon über die Base drüber gekommen Und sind jetzt auch Richtung letzte Luftabwehr marschiert Haben diese auch wirklich verhältnismäßig leicht ausgeschalten bekommen Aber wie ihr vorher schon gesehen habt, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht Für die 100% Hier haben wir nämlich nochmal eine Luftabwehr Also auch wenn der Angriff jetzt gar nicht so optimal war Ich behaupte mal, hätte man den Luftfeger vielleicht ein bisschen anders platziert Hätte es ein bisschen mehr gebracht Wobei man auch ganz klar sagen muss Es hat auch viel mit seiner Stufe zu tun Wir können mal kurz, bevor wir uns den letzten Angriff anschauen, den ich rausgesucht habe Generell den Luftfeger nochmal anschauen Ich darf ihn Pepsi Und sie hat ihn jetzt auch gleich schon auf Stufe 2 gestartet Der wird gleich fertig sein Kann ihn dann auch auf Stufe 3 starten Habe ich selber auch schon gemacht Und wir sehen ja hier, das habe ich euch ja auch schon gezeigt Wie man den Radius drehen kann Und wenn wir auf die Info gehen, wir sehen hier Luftfeger auf Level 1, die Windstärke ist 1,6 Felder Das heißt, seine Reichweite beträgt 1 bis 15 Felder Ziele Luft Und ganz klar, der Luftfeger beherrschen den Himmel mit starken Windstößen Die fliegen die Feinde zurückdringen Sie können nur in eine Richtung zeigen Dreh deinen Luftfeger so, dass sie am effektivsten eingesetzt werden können Und da sind wir eben schon beim Punkt Am effektivsten wird sich, denke ich, im Verlauf der nächsten Tage, Wochen Vielleicht sogar Monate herausstellen Welche Bases, welche Konstellationen hierhin gehen wirklich am sinnvollsten sind Also hier beim ersten Angriff hat man gesehen, dass er eigentlich Also mir hat bei keinem der beiden Bases jetzt der Luftfeger 100% gefallen, wo er platziert wurde Ich würde ihn wirklich verhältnismäßig weit mittig setzen Und einen, vielleicht sogar zwei Luftabwehreinheiten so in seinem Radius davor Dass er da wirklich gegenwirken kann Und dann muss man natürlich ganz klar noch sagen, wie hier mit einer Windstärke von 1,6 Feldern Zurückgestoßen wird in den ersten Videos, die nach dem Sneak Peek veröffentlicht wurden Von den amerikanischen YouTubern gab es den gemaxsten Luftfeger Und hier hat man wirklich ganz klar gesehen, dass die Range und die Effektivität gleich eine ganz andere war Aber solange man dann wirklich Gegnerbases hat Die noch verhältnismäßig niedrige Luftfeger haben Kann man wirklich sagen, kann man, ja, ohne schlechtes Gewissen wirklich über die Luft weiterkommen Und hier haben wir jetzt nochmal einen Angriff von Rathaus 9 auf Rathaus 9 Wieder mit einem Lava Hound am Start, mit Loons Also wir haben Lava Lunien hier Mit zwei Wut, zwei Heels, siebener, King, einser, Queen Und hier muss ich sagen, beim Lukas gefällt mir die Luftfeger von den drei Bases, die wir jetzt gesehen haben, am besten Er hat ihn hier sehr mittig platziert Wir sehen die Bases generell, wo ich ja, ihr wisst, dass ich ein Fan von bin Eine symmetrische Base Haben die vier Luftabwehreinheiten, ja, im Viereck oder im Quadrat so verteilt Und wir sehen den Luftfeger, ähm, wisst ihr was, wir spähen die Base vorher nochmal kurz Dass wir uns genau seinen Wirkungsradius anschauen können So, genau, also er hat ihn hier mittig platziert Und, ja, die eine Luftabwehr wird minimal noch mitgenommen Das heißt, die hier ist wirklich voll in der Range vom Luftfeger, die obere Und die untere, ein Teil Man könnte es vielleicht darüber legen, macht jetzt den Luftfeger ein bisschen weiter vor Ist es noch schwerer, zu dieser Luftabwehr zu kommen Allerdings fällt dann die andere raus Von daher finde ich das wirklich ganz schön platziert Man sieht auch generell, er probiert sich, so gut es eben geht, ähm, gegen Luftangriffe zu verteidigen Hat hier vor dieser Luftabwehr, ähm, ne, suchende Luftmine Und eine Luftbombe, das gleiche hier drüben nochmal Hier jetzt nicht und hier ist nicht Da könnte man vielleicht überlegen, ob es dann nicht Sinn macht, ähm, den Luftfeger eher Zu den Luftabwehreinheiten zu richten, die diesen Zusatzschutz nicht haben Aber wir schauen uns jetzt gleich mal an, ähm, wie der Angriff hier lief Ich weiß jetzt nicht, ob es die Elf das war, deswegen schauen wir hier nochmal Doch, war die Elf Ein Tooster ist es geworden, 87%, ähm, ja Wenn wir uns Lukas Base anschauen, so eine mittelmäßige Ratus Level 9 Base würde ich sagen Gerade der Magiertum hier noch ein bisschen schwach Helden auf 5 und 10 auch ausbaufähig Und er ist jetzt hier mit 2 Hounds eventuell ein Dritter in der Klarburg angegriffen worden Und wir schauen mal, wie es gelaufen ist und was der Luftfeger bei ihm so gerissen hat Also, hier haben wir natürlich auch wieder das Problem Obwohl an und für sich der Luftfeger schön platziert ist Er greift einfach von der Seite an, wo der Luftfeger gar nichts machen kann Das heißt, er kommt hier mit den Hounds und kommt mit den Loons hinterher Hat sich weder dazu entschieden, die Klarburg auszuschalten, noch sonst was Und hier sehen wir jetzt den ersten Stoß des Luftfegers Hat wirklich eine schöne Range, der dritte Lava-Hund war eine Glamog, ist ein Gemaxter Ähm, apropos Glamog, also bei diesen Angriffen ist es meiner Meinung nach doch sehr sehr sinnvoll Ähm, die zu blitzen oder eben vorher zu locken, hat er es hier nicht gemacht Hat es hier alle Zauber schon gebraucht Und jetzt sehen wir auch wieder den Luftfeger kurz im Einsatz Aber bis der überhaupt was bringen konnte, war alles schon down Aber jetzt kann er zumindest noch einmal stoßen Und hat die Loons hier ein Stück weggedrängt, wie ihr gesehen habt Aber dadurch, dass er wirklich von der Seite kam, wo der Luftfeger erst mal nichts macht Ähm, hat das wirklich für den Angreifer geklappt Er hat jetzt hier noch viele Minions dahinter, die haben ihm am Ende des Rathes noch geholt Hier, ihr seht, gerade down gegangen Ähm, 87% waren es am Ende Das heißt auch, für den Threaster hat es nicht gereicht Hätte er vielleicht einen Blitz dabei gehabt, ähm, wäre es besser geworden Ich denke, am Ende hat es an der dritten Luft, an der vierten Luftabwehreinheit Ähm, ist es gescheitert, dass er das nicht down bekommen hat Konnte zwar den King noch zünden, ähm, aber der King allein regelt es nicht mehr Und es waren am Ende auch noch zu viele Verteidigungsgebäude da Ähm, hatte zwar seine Queen auch noch am Start Ähm, aber die Luftabwehr hat sich halt nach und nach um die kleinen Minions gekümmert Jetzt wurde sie noch ausgeschaltet Das heißt, vielleicht war in dem Moment der Angreifer noch einigermaßen positiv gestimmt Und dachte, okay, vielleicht wird das doch noch was Aber am Ende war es dann wirklich so, ähm, dass es da nicht geregelt Aber man muss ganz klar sagen Bei diesen drei Angriffen Der Luftfeger konnte keinen entscheidenden Vorteil, ähm, machen Gegen die Luftangriffe Zum einen, ganz klar, muss man natürlich sagen War er zweimal meiner Meinung nach wirklich suboptimal platziert Beim dritten Mal, ja, er geht halt Man kann ihn halt nicht so setzen, dass er wirklich alle Bereiche abdeckt Also ihr habt hier, ja, was sind das ungefähr 90 Grad oder wir kommen 2, 3, 4, nee, man kann ein bisschen öfter Ein paar Bereiche überschneiden sich auch, also Ja, nee, was sind keine 90 Grad, das sind Doch, das sollten 90 Grad sein fast 80 vielleicht, 80 Grad Ähm, die eben abgedeckt werden Vielleicht kommt irgendwann ein zweiter dazu Das wäre dann wahrscheinlich zu overpowered Dann könnte man nämlich beide Bereiche abdecken Aber so, nach den ersten Tagen Jetzt steht bei uns auch heute wieder neue Clan Warum bin ich wirklich gespannt Wie sich das da bei uns dann schlagen wird Oder ob sich Leute bezüglich Luftangriffen überhaupt trauen Ähm, macht es für mich Sinn Am meisten ihn natürlich möglichst schnell zu leveln Ihn mittig zu platzieren Und vor ihm ein, im Optimalfall zwei Luftabwehreinheiten zu platzieren Ähm, dass es eben den angreifenden Luftangriffen schwerer fällt Zur Luftabwehr zu kommen Dass sie immer wieder nach hinten gestoßen werden Ähm, und so die Luftabwehr möglichst lange überlebt Und möglichst lange Schaden an den angreifenden Lufteinheiten machen kann Ja, das waren so meine ersten Eindrücke Und auch die ersten Eindrücke aus dem Clan War Bei Brennlichen 2.0 mit dem Luftfeger Ähm, ihr könnt mir gerne zum Luftfeger Eure Meinung unten in die Kommentare packen Findet ihr ihn gut, findet ihr ihn overpowered Ähm, stimmt die mir zu Ich sage, im unteren Levelbereich macht er noch nicht so viel Wie es dann im höheren Levelbereich ausschaut Muss ich noch zeigen Ähm, schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat Wenn ihr so ist, dürft ihr mir das gerne mit dem Daumen nach oben zeigen Und wir sehen uns dann morgen Abend um 18 Uhr wieder Macht's gut, bis dann, ciao, ciao